totgesagte leben länger das trifft denke ich auch mal auf den windows internet explorer zu und zwar den browser der bis windows 7 windows 8 bis windows 8 der stand hat war bei windows ihr merkt ich muss selber gerade kurz überlegen der browser den ich jahrelang verteufelt habe oder dessen funktionsweise ich man da beschrieben habe das ist ein tolles tool um sich einen vernünftigen browser aus dem internet zu ziehen den gibt es auch noch unter windows 10 mein name ist ich bin gründer vom srt service und in diesem video werde ich einmal ganz kurz darauf eingehen wo du den windows 10 internet explorer findest und wie du ihn gegebenenfalls los wirst oder ihn auf dein system bekommst sofern du lieber damit arbeitest also bleib dran auch wenn ich gerne mal sage dass der microsoft edge den internet explorer der nachfolger von ist heißt das noch lange nicht dass der browser kein bestandteil mehr von windows 10 ist denn aus kompatibilität gründen ist der internet explorer durchaus noch ein bestandteil von windows 10 und kann entsprechend genutzt werden dafür klicken wir einfach mal wieder auf die startoberfläche öffnen unser startmenü und geben jetzt einfach mal explorer an wir finden schon sehr schnell was windows die app findet und mit einem klick auf öffnen wird der alte browser von microsoft auch gestartet und kann genutzt werden bei mir fragt er jetzt gerade noch wie er genau eingerichtet werden soll weil ich ihn hier noch auf noch nicht gestartet habe dann nämlich die empfohlenen einstellungen und kann jetzt ganz normal mit dem browser surfen der browser kann durchaus noch sinn machen denn es gibt beispielsweise einige anwendungen die halt wirklich nur mit internet explorer laufen und dementsprechend ist der aus kompatibilitäts gründen installiert sicherheitstechnisch würde ich aber eher auf den edge empfehlen und auch der edge ist meines erachtens wesentlich schneller so dass es durchaus sinn macht den internet explorer eher nachrängig zu betrachten jetzt kann das ja durchaus sein dass du den internet explorer gar nicht mehr haben möchtest und er auch nicht mehr in windows 10 aktiv sein soll auch das ist absolut kein problem denn dort gehst du jetzt einfach mal wieder auf das startmenü und fängt es dann an einzugeben den befehl optional features verwalten er schlägt mir das auch direkt vor und gehen wir jetzt hier auf öffnen dann sehen wir die optionalen features und sehen hier auch den internet explorer 11 klicke ich dort nun drauf kann ich ihn hier ganz einfach mit einem klick auf deinstallieren vor mein system verbannen und dann ist ja auch kein bestandenteil mehr von mein windows 10 und ich brauche auch keine gefahr dass der denn heimlich mit installiert wird im grunde kann ich somit ganz einfach mein system entsprechend optimieren sollte ich vielleicht mal das ein oder andere programm haben das unbedingt den internet explorer immer starten möchte jedoch muss ich halt immer noch sagen aus kompatibilitätsgründen empfehle ich schon den aktuell noch auf dem system zu lassen es sei denn du kannst du das wirklich verantworten bzw wenn du ihn deinstalliert und du merkst was du ihn anschließend brauchst kannst du ihn auf umgekehrten wege über die installierten features und zwar hier oben über feature hinzufügen auch wieder in dein system integrieren so einfach geht's und schon hat man den internet explorer auf dem rechner oder vom rechner verband unter windows 10 kann es durchaus sinn machen allerdings gibt es vielleicht auch noch die ein oder andere software die eine andere webseite oder eher webcams kenne ich das ja die wollen zwangsläufig den windows internet explorer haben und jetzt wäre meine frage an dich einfach mal wie sieht das aus benötigst du diesen browser noch hat dir diese video geholfen da unten riesenfeld das wartet auf deinen kommentar und auch ich warte auf deinen kommentar denn mich wird das mal interessieren wie sieht das bei den leuten auf meinem kanal aus nutzen sie diesen internet explorer noch oder sagen sie sich ne edge und gut oder firefox und gut oder chrome und gut alles unten in die kommentare rein und ja mich würde es auch einfach mal interessieren wie stehst du zu dem edge browser einfach mal meine neugierige befrieden wäre schön wenn du hier mitmachst wenn du professionelle hilfe benötigst weil du vielleicht so ein webcam problem hast oder halt auch feststellst es funktioniert vielleicht irgendwas nicht mehr oder es funktioniert irgendwie was besser wie du es gerne hättest 0421 64 375 76 oder die e mail adresse service at freude minus an minus der minus it.de dann kann ich dir eventuell professionell weiterhelfen wenn du darüber mich kontaktierst und wenn es nicht gerade so heiß ist dann erzähle ich vielleicht auch ein bisschen fließender und erzähle nicht was die systeme besser laufen aber naja gut das ist wenn man one take macht und ja so bin ich halt und da wisst ihr gleich mit wen ihr es zu tun hat immer mit nein zwinkern im auge dabei naja wenn euch diese art gefällt und das video euch gefallen hat vor allen dingen dann den daumen nach oben nicht vergessen das zeigt mir was ich hier in dem bereich weitermachen kann und auch das abo gerne abschließen das ist für dich komplett kostenlos und wenn du dann auch noch ein klick gegen das kleine glückchen machst dann geht youtube hin und sorgt auch dafür was du sofort informiert wirst sobald es was neues von mir gibt und das ganze funktioniert auch mit internet explorer kannst du gerne testen habe ich probiert gut bis dahin wünsche ich dir eine schöne zeit mit welchem browser du auch immer unterwegs bist und ich freue mich aufs nächste video